Ich habe eine Mölle der Zitat, die in der Kuh gehört. Eine Frau, die bei Süddeutschern über Kürbücher berichtet wird, wie das Kürbücher passiert. Die Frau ist unterwegs nach Kuhl, mit dem sie nur für die Kürbücher, ihre eigene Mölle und der 91. Kürbücher. Das Schicksal der Kürbücher, der Schicksal, der Schicksal, der sie, in besonderer Weise, zwölf Jahre alt war, als die deutsche Wärme auf die Kürbücher besitzt. Es sei kaum auszureden, sagt sie, dass ihre Großmutter, der sie eine ruhigen, mitversorgung, lebensartig gewünscht hat, nun dies mit der Lebenszeit für Ausgleichheit von Russland ausgibt. Das große Leid der Menschen wird bei Ihnen mit den einzelnen Schicksalen greifen. Und die Lebensgeschichte der Kürbücher und ihr Enkel, der mit ihren Autos ist, wird nun nicht zum Rechtsgewicht, die mit den sechsten Wärmen kommen. Am Schluss bleibt das Gewicht dann nicht, bei den Kindern zu stehen, sondern den Weg auch noch auf die Einde. Wie exemplarisch für die ganze Zeit, in dem Autos von Euronokko war vier Generationen, was anders ist, er sammelt auch recht alle Generationen in seinem Gewicht. Es ist schlicht und deutlich und heute als Ausdruck für die Seeldung nach hinten, und als Anklage und Mangel. Wundervolle Musik werden heute Abend erklären. Ein sehr kurzfristig organisiertes Konzert. Ich danke allen beteiligen, den Vorrat, Tummel und Heilmann, die sich um alles zu bekümmert haben, was man zu tun hat, und natürlich den Musikerinnen und Musikern für die Arbeit, und die hohe Bereitschaft, diesmal möglich zu machen, bei der Welt zu kommen. Auch für die Musikerinnen und Musiker ist es ein emotionaler, zum Teil ausgeregter Betroffenheit bei Familienangelegenheiten und Freunden in der Welt. Die Musikerinnen und Musiker stellen ihre Kunst in den Dienst für die Hilfe für die Menschen in der Kabine. Unter diesen besonderen und dramatischen Vorzeichen dürfen wir jetzt nicht auch ein besonderes Zeichen. Lassen wir uns bitte auf Applaus zwischen den einzelnen Stücken des Konzertes verzichten, und lassen wir uns ebenso am Schluss, so schwer wie es uns feiern wird, nach Wunderbar um sie ebenfalls den verdienten Applaus verzichten. Ich möchte sie anliegen, stattdessen nach den Verklicken der letzten Töne, einen Moment der Stille für die Hilfe zu lassen und sich dann schnell zu ergeben. Und so die Musikerinnen und Musikern danken auf Wunderbarung, wie auch den Menschen der Unterhandel, unsere Legalität auszuhören. Ich hoffe, sie können das nachvollziehen und erleben es nicht als Frau. Vielen Dank für die Schöne. Und um das geht es um die Vertrauen und die Macht eines Friedens zu schützen. Und um das자ffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Amen. 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 Amen.